recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist das reiter und wir sind in folge 343 von simo trans ja wir haben letztes mal geguckt wir müssen sonderhausen ausbauen hier ist es lauter da ist auch eine stelle wo auf jeden fall eine bushaltestelle mehr hin muss und das machen wir alles in dieser folge würde ich sagen dann würde ich sagen wir sehen uns nach dem intro bis gleich so dann schauen wir mal dass wir mit den fall tasten nach sonderhausen erst kommen wir fangen da oben an ach so das ist noch ein pauserspiel das nehmen wir natürlich raus hier der wahnsinns kreisverkehr ringen hier aber hier oben ist auch noch eine fläche die müssen wir machen ist noch mehr geworden ich glaube nicht oder noch schuppen da oben hier ist alles im abgedeckten bereich also hier unten machen und da oben machen so das würde bedeuten wir haben da ach so ja hier ist ein bisschen anders mit dem bus haltestellen da müssen wir mal schauen aber ist ja auch kein ding die muss dann wo sind das da und die haben wir jetzt da angeklickt so 123 das ist schon die richtige straße und zwar 1234 da kommen dann ziehen wir so richtig durch hier machen das so und dann müssen wir da eine bushaltestelle hinsetzen die muss jetzt auch dahin ja doof gelaufen weil der postkasten muss daneben aber dann überlappt das halt dann ist das ok hätte auch einen weiter nach da gekonnt aber das haben wir da wohl falsch gemacht so jetzt ist auf jeden fall die fläche abgedeckt und das können wir eigentlich lassen jetzt müssen wir nur hier schauen ich schätze mal 50er was wir machen hier die straße durch ok da müssen wir erst was machen dass das funktioniert 123 hier müssen die haltestelle hin das bedeutet wir müssen da eine aufschüttung machen und zwar nicht nur eine wenn man wahrscheinlich zwei und dann würde ich sagen jetzt hier nicht so runter das mal verkehrt so geht es nicht so geht es jetzt ich muss nicht diese schräge nämlich muss diese schräge nehmen dann passt und dann ziehen wir mal was sind das hier der unterschied straße stadtstraße asphaltiert und das ist jetzt kein unterschied aber ist auch nicht schlimm so 1234 passt ein feld daneben war klar und dem postkasten machen wir dahin dann ist alles gut und dann müssen wir hier tatsächlich auch noch eine straße machen ok ist nicht schlimm die geht dann noch da ist noch da und dann ist es hier und der postkosten ist da haben wir das die drei abgedeckt die drei haltestellen jetzt muss man noch gucken was für ein bus fährt hier wo verbindungen stadt bus sonderhausen bahn auf rad auf stadt bus sonderhausen süd dann gucken wir uns mal den süd an über haltestellen hat er schon zu viele ja dann machen wir südaußen oder wird das letztens genannt ich glaube so ähnlich hier dort neue linie ein mehr hinzufügen ist ja schon richtig von wo sollen er kommen dass die frage und da oder von dem anderen von dem anderen der ist mehr würde ich sagen da geht es los nach da noch da noch da noch da noch da und dann nach dort und fertig und stadt bus sonderhausen süd außen passt und da muss dann ein bus drauf einmal hoch nach floto ins depot da ist es welchen hat man letztens daraus gewählt 1 40 oder der ne dessen gelenk bus 53 passagiere 90 ich glaube wir hatten den hier nach den mercedes wenn es eine erste generation zwei türe ich glaube den hatten wir und das war der stadt bus nordhausen süd außen und starten so das sollte funktionieren dann haben wir so nach hausen fertig da war ja nichts mehr hier ist alles im abgedeckten bereich da auch hier ist auch noch nichts und da unten auch noch nicht gut dann können wir nach lauter gehen da war ja auch zwei stellen meine ich einmal hier beim ortseingang und wo war die zweite hier unten irgendwo ne ist abgedeckt ach so beim kindergarten oben war es da da ist die stelle wird dann machen wir das auch noch schnell bus haltestelle das machen wir auf der vorhandenen straße denke ich mal weil dieses nee das ist knapp daneben aber das machen wir trotzdem hier auf der vorhandenen straße nee das war jetzt verkehrt machen wir das wieder weg wir müssen ja hier in dem postkasten her haben so dann haben wir das schon abgedeckt das war falsch da nehmen wir die lupe und gucken wir gerade rein wer fährt denn dahin stadt bus lauter west ich hoffe ja der ist voll wird das auch im außen sein oder hat ja ist halt so das schloss ist schon voll eingemeindet und dann haben wir hier noch ein aber im endeffekt ist auch egal wurde das machst jetzt gucken wir mal gerade hier rein stadt bus lauter ost hier fahren mehrere los ja hier können wir noch einen dran hängen denke ich mal aber da müssen wir erst die stelle bauen los anhält ne so das wäre 1 2 3 das ist tatsächlich hier diese brauchen wir nicht abdecken 1 warte mal 1 2 3 4 hier ist es hier muss das sein nicht da dann schauen wir mal das kann wieder weg das muss auch weg und dann müssen wir das weg machen wir müssen hier ein bisschen um denken so dann den da auch noch weg und dann kann die bushaltestelle dahin 1 2 3 4 ja das passt und dahinter der postkasten geht so ne so jetzt müssen wir hier die linie aufrufen nochmal das war ost stadt bus ost die linie ändern hinzufügen erstmal kindergarten das ist ja hier und dann dann passt der schon angeschlossen dann die stelle ist erledigt jetzt müssen wir noch die andere haben hier haben wir gesagt ist zu viel stadt bus west war 1 2 3 4 6 stationen a bis f war das was der michael freig damals sagte a b c d e und f und das ist dann voll also müssen wir da neue linie machen dass das neue linie hinzufügen den und den kindergarten oder nee kindergarten ist ja doof brauchen ja gar nicht hin da kann ja hier hin fahren sonnenwende passt so und das wird stadt bus lauter west außen schuss fertig schließen das ist mir gerade einfällt bei dem anderen in sonderhausen fährt gar keine post ne das müsste man noch bearbeiten wir setzen den bus auf die linie stadt bus lauter west da ist ein doppel e reingekommen sehe ich gerade das müssen wir gleich noch ändern starte den und kommt noch ein lkw drauf der starte den auch so jetzt müssen wir aber die linie nochmal gerade auf hübschen die ist ja gerade nicht so schick stadt bus lauter west nicht stadt bus lauter west west sondern west passt jetzt so das haben wir und jetzt müssen wir noch mal gerade gucken doch hier rein wiederum den lkw mit dem auflieger stadt bus sonderhausen süd außen starten fertig passt läuft sollte geld bringen ok dann sind wir hier bei den vier städten durch und wir hier nur gerade gucken und verbindung das war der dafür der lkw alles ist gut diese gehörte doch auch dazu ne oder ja passt ok dann würde ich sagen haben was für die folge erstmal wieder wir widmen uns dann als nächstes glaube döbeln wir bin hier da müssen wir dann mal gucken löbeln ob da ja hier sieht man schon die ersten felder da müssen wir nächstes mal dann noch haltestellen bauen hier oben wird es wahrscheinlich eher weniger sein weil da die küste ist die sind alle eingepackt da ja ja ist nur hier eine stelle die da rein muss ne vielleicht kriegen wir das 1234 passt nicht ganz aber kann man ja auch so ein schwenker machen ok dann würde ich sagen machen wir in der nächsten folge hier weiter ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächstes mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch keine uhr habt macht eins falls euch die folge gefallen hat gibt einen daumen hoch macht euch die glocke an kriegt damit wir das nächste video hochladen gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao ciao